Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Pack-Offening auf meinem Kanal. Was heißt Pack-Offening? Ihr habt es schon im Titel gesehen. Und zwar habe ich Lukaku gezogen, dazu werdet ihr gleich die Reaktion sehen. Und ich habe halt noch ein paar Packs dazugenommen, weil es uns ein bisschen zu langweilig fette, wenn ich euch jetzt nur das Pack zeige. Deswegen habe ich dann noch ein paar Packs hinzugefügt, ein paar gute Packs, die wir noch im Stream gezogen haben. Und ja, es war auf jeden Fall eine echt kranke Reaktion. Dazu wollte ich mich auch noch eben kurz bedanken. Mir hat ein Zuschauer im Stream einfach Geld gespendet, also eine PSN-Karte. Wenn ich mich einfach mal kurz bedanken, dass du mir diese PSN-Karte gespendet hast, fand ich echt mega nett. Aber muss man natürlich nicht spenden, aber kann man natürlich machen und würde mich natürlich auch freuen. Aber ist wie gesagt kein Muss. Da seht ihr auch meine Reaktion drauf. Und ja, ich würde sagen, ich labere nicht so viel. Wenn euch das Pack-Offening gefällt, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Und ein Abo würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Schaffen wir wieder die 660 Likes. Ist jeden Fall sehr, sehr nice. Ich würde sagen, ich labere nicht so viel. Viel Spaß mit der Reaktion zu Lukaku. Aber die seltenen Goldsätze, die finde ich dieses Jahr so scheiße. Ich hoffe, dass ich jetzt diesmal echt Glück habe. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal ein Spin-Pack. Und das gibt Leinwand. In Form. Come on. Schweiz. Äh, Stürmer. Oh, naja. Egal, wenigstens in Form. Ist zwar wieder ein richtig schlechter in Form, aber egal. Nice. Ja, ist okay. So, letztes 25k-Pack. Ich will nochmal eine Leinwand. Wir müssen diesen Account mit einer Leinwand beenden. Komm schon, bitte. Nächstes 25k-Pack. Ja, äh, in Form. In Form. Ja, wieder in Form. Was ist jetzt los? Äh, Frankreich, was ist das? Stürmer. Oh, dem Wähler. Der, dem Wähler. Ich dachte jetzt, ich dachte, weil Frankreich in Form kommt irgendwas Gutes. Aber ich glaube, da kann man gar nichts Gutes ziehen. Oder? Glaube ich nicht. Aber egal, wieder in Form. Ich weiß nicht, ob der was kostet. Glaube ich eh nicht, aber... Oh, geht sogar. Und wir haben hier noch diesen Goelis drin. Diesen Silberspieler. Ah, der kostet auch noch ein bisschen. Vielen, vielen Dank, dass du mir einfach 15 Euro spendest. Ich finde es echt, das ist so viel Geld. Also, vielen, vielen Dank, dass du mir echt einfach 15 Euro gespendet hast. Ähm, und ich schreibe, ich soll davon Packs ziehen. Also, dann, er schreibt, ich soll Packs ziehen. Dann ziehe ich jetzt auf jeden Fall Packs. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall nochmal, vielen, vielen Dank an dich. Ich weiß, 15 Euro ist echt sehr, sehr viel Geld. Vielen, vielen Dank, dass du mir das gespendet hast. Und ihr schreibt alle rein, ähm, dass ich Packs machen soll. Du schreibst, dass ich Packs machen soll. Du hast mir schließlich das Geld gespendet. Und ein Foot Draft, okay. Also, wir sagen, ziehen mir jetzt die Packs. Ich bedanke mich vielen, vielen, vielen Dank. 15 Euro ist echt viel Geld. Ich hoffe, dass wir jetzt auf jeden Fall dadurch mindestens Packlack haben werden. Einfach vielen, vielen Dank. Ich meine, 15 Euro ist echt so viel Geld. Jetzt haben wir jetzt auf jeden Fall ins erste Pack. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Vielleicht haben wir direkt Glück. Ja, direkt Leinwand. Ey, da geht ja direkt los hier. Direkt Leinwand. Frankreich, Innenverteidiger. Um Titi, ja, okay. Er geht direkt los. Er ist 7,5er von deinem Geld. Direkt eine Leinwand. Sehr, sehr nice. Komm, das Leinwand. Leinwand, komm, wir machen mal hier eine neue Art von Packs. Und ja, Inform. Komm, jetzt kommt ein guter. Frankreich, oh, den Bede. Na gut, egal, da haben wir wieder den nächsten Inform. Also, ist okay. Ist okay. Ich glaube, 10 bis 15.000, naja. Egal, wir haben Inform. Vielleicht ist ja noch was hinter. Hier ist ja noch was hinter. Wer weiß. Oh, nee. Na geht egal. Wie ließ es in dem Fall. Lacken euch, checkt Packlack rein, Jungs. Wenn jetzt keine Leinwand kommt, haben wir ein Problem. Oder Jesus kommt. Hier steht ein Mensch. Los, wir gehen rein ins Päckchen. Los geht's. Ich schreibe nur einen, ich schreibe Teilack. Okay, das bringt Glück. Wir machen jetzt hier wieder das Päck hier. Barm, Jungs. Wir drehen uns für die Leinwand. Drehstuhl. Drehstuhl. Okay. So, eine Slidewand. Ja. Komm schon. Belgien. Nein. Stürmer. Lukaku. Lukaku. Oh mein Gott. Lukaku. Oh mein Gott. Lukaku. Nein, 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 oh mein Gott, nein, 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 Lukaku, Lukaku, nein, ich komm nicht klar, ich komm nicht drauf klar, wo ich Belgien gesehen hab, nein, nein, Lukaku, Lukaku, Nein! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Nein! 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 Oh mein Gott! 200k fast! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie geil ist das denn? Nein! Ich realisiere das gerade erstmal! Romelu Lukaku, so ein Monster! Ich glaube, ich hätte ihn auf meinem Hauptaccount gezogen und hätte ihn sogar behalten! Wie krank ist das? Ihr seht es hier, Lukaku, Erstbesitzer! Wie geil ist das denn? Oh mein Gott! Herr Fink!